Heyo da draußen, liebe Sportsfreunde und die, die es gerne noch werden möchten, mein Name ist Alex, vielleicht kennen mich manche von Gorilla, ihr habt in einem anderen Video gesehen, wie ich so einen kleinen Trick mache, den hier, und ich möchte euch jetzt kurz erklären, wie das so ungefähr funktioniert. Wichtig hierbei ist, dass wir versuchen die Scheibe in Balance zu halten, das heißt die Frisbee liegt erstmal zu Beginn auf allen vier Fingerspitzen auf und man tariert so ein bisschen das Stück Fallen der Scheibe aus, damit sie eben nicht runter fällt. Wichtig hierbei ist, dass der Zeigefinger ungefähr auf 6 Uhr ist, das heißt zentral und die anderen Finger seitlich angebracht sind. Die sind dann sozusagen zuständig für diese leichte Drehbewegung, die wir erzeugen möchten, in dem, in diesem Fall ist es bei mir der Ringfinger, der sie leicht anschubt. Also er geht hier unten ran und drückt sie Richtung Körper, was dann zu so einer Linksdrehung führt. Ich mach das einmal kurz vor. Wenn diese Drehung nun aufgehört hat, dann kommt es zu diesem Moment, wo die Frisbee mit der flachen Seite nach rechts zeigt. Das heißt, das ist der Moment, wo ich versuche in die Scheibe reinzukommen, in den Rand und sie einmal hoch flippen lasse sozusagen durch einen leichten Stoß und sie dann über den Arm hinter meinem Kopf rollen lasse, wo ich sie mit der rechten Hand auffange. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen und viel Spaß damit zu Hause oder wo auch immer ihr seid.